Und das ist Dimi Gang. Ich bin StupidFruityHorse. Dieser Coinkauf für Toyboy Scarf. Wir waren gerade bei Mickey D's und hatten Coupons dabei. Aber Coupons sind auch erst als Montag gültig. Haben uns wieder gut reingelegt, diese Larrys. Aber als Entschädigung haben sie uns diese schönen Luftballons geschenkt. I'm in love with this Luftballon. So. Hoher Bunker Shirt am Start. Dragon Ball Shirt am Start. Gucci Pineapple Styles. Coupons! Coupons! Coupons!